Und wenn die Leute sagen, du bist so bombastik, dann sag doch einfach Gymnastik. Ich bin da, 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 ich gehöre mein Sätschlag, ich spüre den Beat und der Beat, er weckt meine Beine. Das Thema, das Bum, 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 das hat der Film so ewig. Und wir haben es eigentlich immer mit Pfeifen umgesetzt, das heißt, man hat immer gemacht. Wir hatten sicher, wir sind nicht übertrieben, zwölf Lesionen von diesem Song gehabt. Bevor wir die Version gehabt haben, wo wir im Studio gegangen sind, und dann haben wir im Studio noch einmal alles umgestellt und haben sozusagen die 13. Version gemacht und die Dinge glücklich gebracht. Also wir waren sehr happy, wie der Song klingt. Und im Text geht der Song um das, dass man so richtig täuscht und man sich selber spürt, wenn man das macht, wenn man aufs Herz hört und das macht, was einem wirklich wichtig ist. Und wir haben irgendwie relativ naiven, aber sicher einen gehobenen Anspruch, dass man dann auch mit dem Song irgendwie das Herz von den Zuhörern an richtige Flecken schiebt. Vielleicht ein wenig hochgegriffen, aber sicher ein Versuch wert. Und ja, ein Song, wo wir natürlich auch eins wieder dazu gemacht haben, wo wir uns versucht haben als Tänzer und irgendwie hat das sehr viel Spass gemacht. Und ja, guter Song zu haben!